Was haben wir gestern gehabt? Sind wir weiss gewesen, oder? Ganz in Weiss mit einem Blumenstrauß So siehst du in meinen schönsten Träumen aus Und du siehst so glücklich aus Ganz in Weiss mit einem Blumenstrauß Wow! Freddy Bickel, ein Mann mit vielen Talenten. So liebe Fans, es fehlt einem, aber ich gebe jetzt das Mikrofon unserem Medienchef, Alexander Kuska. Vielleicht wissen Sie ja, wenn ich meine, Sie könnten ja ein Lied singen, ich weiss es nicht. Grüehr! 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 Governor? Wo ist der Boca? Was? In Basel? Nein! Was macht ihr aus Basel? Nein, nein, nein Grüehr, die Boca ist in reste... Und das wird Zürich auch bleiben. Vielen Dank.